auf spont die ich habe es nicht geschafft eine 50 zu malen aber werde jetzt gleich den 50 sampler hochladen an der rosa parks aus folgendem grund ich habe was noch entdeckt das kommt jetzt gleich dahinter weil ja ich hatte halt eine neue festplatte und habt ihr aus versehen rasiert und hoffe dass ich die daten dann zurück bekomme und ich not dann noch paar sachen waren da auch schon angedreht und ich hatte auch schon die 50 angedreht weiß aber dass ich mindestens in den nächsten drei tagen ist nicht schaffe er vielleicht auch spontan zu ende der woche oder auch nicht deswegen mache ich jetzt einfach einen 50 rosa parks und falls ich es schaffe mal ich dann noch mal eine 50 und wenn ich dann halt wieder die 60 oder man anderen freestyles grüße gehen an die community die spaß an den besuchen an der rosa parks hat es wird spannend gemeinsames aussteigen wir beginnen mit der rosa parks 50 das ist das bild das ich bei 49,7 angeteast habe aber nicht gesehen habe es ist ein rems und ein schuhe steht mit erwartet man den schuhe steht einmal so hier drauf ja und der rems auf der toilette steht fo g das ist ein schönes bild doch macht spaß und dann hier diese shit alter mit einer fliege dann nicker grüße sehr großes ding auch ich mach mal dann von dieser seite einmal steht hier irgendwas gibt mir dasselbe gefühl wie musik das ist ein cooler spruch sieht gut aus daher steht noch old rams in rosa f o g o i c s ich habe irgendwo noch was steckt ist was ich nicht sehe kann ich ok ich kann das ist mein maximum an weg einmal zu dann gehe ich das ding einmal mit euch gemeinsam um ich habe hier bei nature miese scheiße ja man muss ein bisschen spaß haben was gibt es da da steht das ok könnte ich jetzt mal hier so lang gehen die kamera sowieso bisschen sicherer werden hätte es noch die ostergrüße drk und obel nochmal mit drauf warum nicht name dropping haben wir hier schon mitgenommen die grüße ich glaube zwar nicht aber ich schau mal für uns hier nachdem ja da hinten aber ok wir suchen so gut wir können es ist dunkel na gut dann gehen wir jetzt gemeinsam einmal die wand hier entlang hier ist noch so hier stehen auch noch sachen in yellow ach so das sind engelsflügel und teufelsflügel einmal so habe ich nicht gesehen seht ihr you see see is what you get ein auch da der rücken von einer person und ein fuck geht ok den hatten wir schon mit drauf und den hatten wir auch schon mit drauf ich jetzt gar nicht mehr weiß was gecheckt hat frohe ostern ja und dann hier das ist neu ein oics von rams 224 das hatten wir auch nicht mehr drauf die licht mit die der die das licht scheiße ne umso näher ich komme umso besser kann man es sehen ist echt dunkel die stelle hier kommt und sobald ich zurückgehe ok jetzt geht es noch pink ist echt so eine farbe im moment auch das flieder im hintergrund das lila flieder achso zu kommen habe ich noch nicht gesagt ich war vor einigen wochen in gelesenkirchen eine stunde unterwegs also der typ ist auf jeden fall city all ist in die stadt gehört aber ich habe nicht ganz gelesenkirchen gesehen ich weiß auch gar nicht mehr wo ich war aber ohne ende komapieces ok warrior by nature ok dann machen wir jetzt den schnitt und dann die fotos schnnnnitt Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's. Ich mach mal direkt ohne Intro. Baustelle macht Wand. Baustelle macht Wand. Ich gehe einmal komplett durch. Ich habe gestern aus Versehen eine Festplatte formatiert. Da war dann der Sampler 50 drauf für Rosa Parks. Deswegen filme ich es jetzt einmal durch. Und yeah. Darum ist Rap nicht tot. Achso, ich habe Scheiße gefilmt von Shure und von Rams. Aber es ist weg, weil ich die Festplatte aus Versehen formatiert habe. Egal, wir machen das. Was geht? Den, den kenne ich nicht. Ich filme dich nicht, kein Problem. Warte. Ja, das ist ärgerlich. Also da sind zwei Wochen drauf, die sollten irgendwann noch kommen. Ja. 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 Sehr cool, sehr cool. Und ihr kriegt in den Tagen ein Chiro. So. Schauen wir mal. So. Ich habe gestern mit der EOS ein bisschen gefilmt und jetzt probiere ich das Handy einmal aus. und schau mal, was hier entstanden ist. Ich habe nämlich vor einer Woche zwischengefilmt und so und aus Versehen die Festplatte am Freitag formatiert, als ich eigentlich eine SD-Karte formatieren wollte. Das ist einzig nicht so schlimm da dran. Schuhe Scheiße hier. Fett. Alles ist vergänglich. Und dass die Festplatte erst seit Januar in Betrieb ist. Aber trotzdem sehr ärgerlich. Ein Kollege ist dran, vielleicht rettet er die Sachen. Dann, äh, das, äh, das schaue ich mir jetzt mal an. NTC. Boah, Alter, das ist hart, Alter. Nicht schlecht. Ich habe gestern Chiro kennenlernen können, aber dazu muss ich nur ein Stück nach links. Jetzt probiere ich mal einmal. Aha, okay, cool. Ich bin auch neugierig auf die Fotos. Ich will mir jetzt extra einmal. Cut. Boah, Bruder, Alter. Schreibe es gerne in die Kommentare. Ich lese. K. 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 mit einem werner zwei schritte zurück wo das ist nicht so auf kamera kommt das noch viel schlimmer weil wir haben jetzt gerade wie sagt man dämmerung es ist fast 8 uhr wird langsam dunkel und das wackelt schon wackelt ein bisschen mehr als als die kamera glaube ich der werner ist auch cool geworden mit sprühdose stadt balkstoff ntc ich wollte ein foto machen habe auf stopp gedrückt das ist auch sehr schön bunt mit den weißen outlines die dann das highlight sind es kommt sehr gut dieses video wird sehr wackelig also ich muss dieses ding mit zwei händen halten es nicht so wackelt ntc karl wie würde ich sagen ein neuer zweck mit einem gar viel oder war eigentlich ist los hier neuer zweck mit gar sehr cool auch da liebe grüße auch liebe grüße an uli usi ach so usi hatte wohl geburtstag oder sowas usi war vor zweck zweck kam nach usi ist viel los gewesen hallo weg osa obel und alles gut an usi und ein chrome figurchen gucken uns natürlich auch an mit ein sehund vielleicht mit grüße zu chase yo kiss chase 224 der usa ist in gold sehr gut habe ich wenigstens bisschen content heute wo ich muss morgen vor früh aufstehen oder viele andere leute auch respekt dafür das goldene hate usa tech ist neu das ist auch da habt ihr peusen ok unten usa tech ja die habe ich jetzt gerade nicht gesehen und sie hat heik peusen usa happy g day mit usi tech 224 die gangster alter kennt ihr von fler dieses lied mit bushido auf carlo kooks nutten gangster ging es der gangster so wie bei 50 cent ja ich würde sagen laufen jetzt noch einmal gemeinsam zurück ich habe das intro dann hier gesprochen und ja voll die löcher hier haben die gemacht ich könnte hier statt parkplatz zum schönes geht anlage hinstellen mehr skate anlagen gesagt das war jetzt das neueste und dann dieses vergänglichkeits die ding das war davor und dann habe ich nämlich alles drin und hier sehr gerne klärung das könnte auch kathos heißen kathos es gibt nämlich jemanden der macht kathos aber das sieht mir wie ein v aus nicht ein o aber es gibt ein kathos sprüger fällt mir gerade ein das würde passen k a t o und das ist dann halt ein krasses s und das o ist ein v kathos ein wieder kathos würde ich dann sagen naja dann habt ihr die auflösung zum schluss was ich glaube was es ist und was auch sinn machen würde mtc dann gehen wir noch mal jedoch und hiermit kann ich das machen ich kann mich die wir mal ein bisschen aus der nähe zeigen und wie viele verschiedene farben dann tatsächlich genutzt wurden zum sprühen ich eigentlich nicht gemacht bis hierhin eher selten und fliegen wobei larven sehen ein bisschen anders aus aber egal also fliegen larven da ist auch oder sogar kacke dran geschmiert das ist mir vorher nicht aufgefallen umso besser dass es häufig noch mal gefilmt habe und hier habt ihr schuhe das ist krass könnte schon zu realismus sein oder so was weiß nicht wird das jetzt nicht katalogisieren wollen welche ausdrucksform in der malerei das ist realismus mit kacke halt auch drin da habt ihr noch drk obl noch aus ostern das war aber alles schön drin mit adi has wegen hase ok und an dieser super beliebten stelle mache ich das outro für das 50 rosa parks video von den samplern